Nein, okay. Also, liebe Künstlerkollegen, die meisten von den Leuten, die hier stehen, sind ja auch gleichzeitig diejenigen, die hier ausstellen. Ich bin wirklich wieder stolz darauf, wie schön und wie vielfältig diese Ausstellung aussieht. Wir haben hier mal die Möglichkeit, das gesamte Spektrum an Württelmannsberger in Wiltscheter-Künstlern hier zu präsentieren. Und ich habe diese Finger ja getragen. Ich habe jedes Jahr in der Wand geplant und habe von euch die Fotos zugeschickt bekommen. Aber auch wenn diese Gergröße auch im Computer hat, oder sie hängen hier schön benäutet, mitten im Lukas-Zettel.